Äh, wo soll der Boss sein? Ach, da unten. Oh, ja. Ne, ich auch relativ. Äh, jetzt achten, Scheiße. Oh, fuck. Der ist sehr stark. Die sind ja schon. Ja, ja. Ja, einfach einfach. Die, die End sind ja schon sehr stark. Wir brauchen dich. Ich heim mich einfach. Hier, Schnucki, hier ist der Haltkreis. Äh, ich kämpfe gegen diese Viecher. Warte mal, ich werde mir den Boss anbauen. Dann bin ich da auch gleich noch mit den E-T. Ach, so, ja. Boah, ich bin bei besserer Gesundheit. Ich brauche kein Gehirn. Leul, was ist das denn für ein Stab, alter? Ja, der ist mehr als ein Ungefähr. Ja. Und achten, das ist eine super Attacke. Ja, das kann ich. Ach, du Scheiße. Nicht schönen Schaden. Boah, die Dinger sind jetzt. Heiß rot, genau. Ach, übrigens, dieser rote Balken, den ihr da grad seht, der jetzt schon fast leer ist. Den müssen wir fünfmal, ähm, machen. Okay. Wo ist Ara? Maaan. Oh, boah. Was ist? Bist du auch beim Bossfight? Ich kämpfe mit kleinen Viechern. Ja. Na, wir halten dir die Aids vom Leib, ne? Und du machst den Rest. Bis jetzt geht's gut. Komm auf den Hauptgegner, ich hab die gut. cuht das da. Oho, oh. Oho, oho, oh Si, oh. Ohira, na, 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 na. Oh nein, sie sind so tot. Mann, Tag, na. Alter, was passiert mit dem Boss, Digga? Holy shit. Der wird immer krasser. Der hat halt noch 4 HP-Balgen, ne? Oh, er muss weg. Oh mein Gott, wo ist los? Oh, ist das ein Hill-Kreis da beim Boss? Hier ist einer. Der hier. Aber... Oh nein, da ist er weg. Scheiße, Schuggi ist Hill-Kreis. Oh nein. Können wir schnell weg, als würde ich gucken. Wir hatten Hill-Kreis für uns. Ja, macht sie die ganze Zeit, aber irgendwie stehen wir nie drinnen. Ja. Mach den ab. Oh. Geht grad nicht. Scheiße, komm. Oh, ich komm mir damit hoch. Ja, jetzt verschausten holen ich halt drauf. Ja. Jo, super range attack. Power. Oh oh. Oh oh. Alter. Wohin geht das? Muss wirklich alle zweimal, muss ich eine super Zeit machen. Fressen. Oh, jetzt. Kann ich meinen Halt heiß machen. Okay, jetzt bin ich nicht vorbei. Oh, Ara ist tot, oder? Aber... Ja. Echt? Ich kann leider keine Leute wiederholen. Zumindest kein Umbruch da. Ich weiß nicht. Komm schon wieder, Ara. Wenn ich euch finde. Oh, da war der Heilkreis hier. Kannst du bitte sagen, wenn du dem was? Ich kann doch nichts dafür, sondern die Faust gehen. Ja, ich... Das krieg ich nie so mit. Ja, ich kann ja auch nicht viel mehr. Ubrigens könnt ihr diesen riesigen Dorn auch ausweichen. Wir müssen es halt wirklich nicht mehr. Also, was jetzt ist mein Feature. Ich mach dich mal gern. Achtung, und? Oh. Okay. Ah, das ist ja dann aber auch immer die Fiescherdreckmethode. Man. Also, wenn du den ausweichen kannst, dann bist du ja Legende, oder? Also, wenn du den ausweichen kannst, dann bist du ja Legende, oder? Wohin. Wenn ich da heinen will, dann macht er so einen Scheiß da. Mit F2 kannst du dich auch heilen aber, ne? Ja, ich bin immer dran. Da bin ich mit in meinem Geschwitz drin. Kann es sein, dass der Vorhaben immer krasser wird? Also, dass er immer mehr aushält? Ne, der war ja krasser. Der hat schon mal die großen Tentaken. Aber er macht sich halt mal wieder seinen Schiff. Naja, deswegen ist er nicht schwer zu tun. Aber ich kann mir zum Glück die ganze Zeit freuen, was ich bin. Scheiße! Zurück! Oh! Übrigens seht ihr, die fangen hier unten vor. Kann man den Kürtiker hinten, wenn du die da drinnen triffst? Oh ja, dann machst du irgendwie mehr Schaden. Echt? Ja! 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 Da kann kein Mensch ausweichen. Das kann mir keiner erzählen. Ich bin da schon einiges Mal ausgewichen. Die sind einfach da! Aber das ist halt meistens beglücklich, dass sie noch ausweichen. Ja! 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 Ich geh wieder meine Geschütze und schieße auf das Ding. Okay! Okay! Der macht drei von diesen riesigen Dornen in mich rein. Ja! Der hat ja auch gerade bei mir. Richtig ätzend. Oh! Zertperle! Rein da! Angst war das Ruhestein! Was? Du Sau! Bis diesen... Feuer! Pfeil! Hagel! Scheiß! Mist! Irgendwie auch immer. So. Mach's einfach! Aua! Man muss halt wissen, wann der die macht. Ich glaube, der hat da so eine Kampfform und dann musst du die ganze Zeit ausweichen. Hey, ja, aber ganz ehrlich, dieser Speer ist aber auch... Ach! Ja, schon bisschen. Der macht alle drei mich rein, Digga. Das war zu krass. Drei Stück. Das war gerade aber extrem ne Luft. Ja, dann... Kiel dich zurück. Äh, heil dich sonst mit F-Zeit. Naja, der ist so gut wie down. Oah! Der kann da nichts mehr, oder? Ich muss nicht rein. Oah! Komm, der kann man so gut wie... Ich mach nochmal die Ult hier rein. Ich kann gar nicht ausweichen, ne? Na ja. Wie das sein Schild penetriert. Aber es geht halt trotzdem kaputt. Oah! Weg, 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 weg! Vielleicht nochmal die Ult? Oah! Okay, jetzt ran! Hau mal, Leute! Jetzt hau mal! Ah, hier! Wenn der so komisch am Boden rumnast, dann macht der... Oh, Scheiße! Ich kann mich auch gerade nicht heilen. Ja, Ult kommt! Äh... Warte mal, bis er auch wieder hier ist. Ich weiß nicht, ob das was ist. Okay, sehr gut. Jetzt bin ich ein teuer Ding im Output. Sehr gut, er geht auch down! Ist er da? Ja! Ja! Boah! Jetzt ist hier eine Kiste aufgegangen, ne? Mhm. Ich bring das. Äh... Entziffern. Ich mach perfekt, weil das ist halt ne Boss-Truhe und dann... ...wird's was mehr verschwinden. Okay. 7000 XT. Ja, ich... Aber keine anderen Items. Das ist jetzt nix. A-Rat, Level Up? Sehr geil. Oh, Alter! Ich brauch noch nen Nieser und bin auch Level Up. Aber... Ja, krass war der Loot jetzt nicht, ne? Das war nicht der Beste. Aber ich brauch nur... nur noch nen... mini-kleines Witzel und dann bin ich auch... Naja. Ich glaub den nächsten Gegner, den ich auch noch angucke, der ist mein Level Up. Ne, wobei. Das ist meine Lebensanzeige. Weiß gar nicht. Was haben wir jetzt hier noch eigentlich so für Gruppensachen? Beziehungsweise was haben wir hier im... Ah ne, da wöchentlich abholen. Einmal einen Boss killen. Hammer erledigt. Ich soll schon wieder zwei Ruinen machen. Ich brauch noch 1000 XP, dann hab ich... Das ist ja Solo. Was haben wir hier? Tägliche Beute. Hier, Erkundung der Welt. Achso, das ist das. Tägliche Beute. Mir fehlt jetzt eins ohne tägliche. Gibt's einen Pilzwächter, äh... Sammle Geflügel. Tägliche Beute hab ich erst eins von vier zum Beispiel. Oder erledige Wildschweine. Ach ja, das hab ich heute auch nie gemacht. Na komm, mach ich hier erledige Wildschweine. Das ist ja leider wieder. Ach, die werden mir sogar angezeigt. Ja, ja. Tschüss. 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 Das war schön mit euch. Müsst ihr die eigentlich auch machen? Hab ich schon gemacht. Aber ja, wir haben die gleichen. Ich muss den... Bullkraft... Oh, was ist das denn? Okay, ganz kurz, äh... Anderer Plan. Hast du das gemacht? Okay, den krieg ich noch nicht down. Lol. Ne, ne. Dafür brauchst du irgendein... Du, dafür brauchst du ne Feuerwaffe. Ah. Achso. Du kannst solche Eisdinger, so blaue Dinger machen. Ach so. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Gibt welche, die kannst du mit allem kaputt machen. Dann gibts halt welche, wo du nur... Mach du raus. Ja, Level Up. Ich hab auch ein Level Up. Ja. Dadurch, dass ich irgendwas geöffnet hab. Wow. Ja. Hab auch irgendeine Kugel geöffnet. Ich bin schneller. Nee, bin ich nicht. Okay, das war jetzt einfach. Ja, nein. Ich will die ganze Zeit... Hä? Haha. Nein, jetzt ess ich wieder anstatt... Hä? Ich komm hier nicht hin. Ein Gegner ist hier an Tanzen. Das gibt's ja nicht. Alter, ich... Ich mach das mal für dich. Hä? Eine Gegner hier ist am Tanzen. Hä? Ja. Was? Wieder eine Gegner ist am Tanzen. Hier hat der große Gegner hier mit der Zonne an der Seite. Der tanzt hier rum. Mit der Zonne an der Seite. Ja, stimmt. Die tanzen manchmal. Hab ich auch schon beobachtet. Wie ruhst du den so schnell? Jetzt geht der wieder weg. Wie geht der los? Jetzt werde ich hier von irgendwas unsichtbarem blockiert, Alter. Ich mach Ruinen weiter, ne? Hör auf zu lachen. Wo muss ich denn hin? Da ist ein Wildschwein. Das erste hab ich. Jo, wer bist du denn? Alter. Jo, weg hier. Eieiei. Alles klar, gut. Der steuert mich durch die ganze Karte. Ich akzeptiere. Ich akzeptiere, dass du stark bist. Das wär zu einfach. Ist er dir aus, oder? Jo, das ist ja das ultimative Heal hier. Oder warum heil dich grad so krass? Hey, du hast nur noch so denselben Heilstab, ich. Ach so, das ist der Heilstab. Ach so, ist da ne Kiste im Busch versteckt tatsächlich? Ja, moin. Was ist das da geiles? Was willst du von dir? Geh einfach. Ja, danke. So. Was ist das jetzt hier? Gar nichts. Das ist ne Kiste, die du schon geöffnet hast. Oder, ne, die musst du öffnen, aber ich will jetzt noch ein Boss bei dir sehen. Ach so. Dann kannst du die öffnen. Dann brauchst du ein Team raus. Mach doch nichts, ne? Er kann... Warte, ich... Bitte! Charakter! Mach doch! Mach das nicht! Okay, gut. Ich bin da nicht rausgekommen. Egal, was ich gemacht habe. Er wollte die Wand hochklettern. So, hier ist noch das Wildschwein. Um die Jungmann. So, siehst du? Haben wir das da auch fertig. Beide Wildschweine weggekommen. Hat gerade eine Handkanone bekommen. Antikanone. Handkanone. Ach. Eine Ameisenkanone. Oh, ist das denn jetzt schon wieder verrückt? Oh mein Gott, hier gibt es so viele verschiedene Sachen. Ja, cool. Habe ich anscheinend richtig gemacht. Die Handkanone kann Sachen verschießen, mit denen du irgendwo draufklettern kannst. Neue Ruine freigeschaltet. A03. Mhm. Und da bin ich gerade weg. Ach hier, die ist ja hier. Aber ist das wieder Singleplayerinstanz, oder? Ja. Neee. Weiss ich nicht. Ja, die spielen wir doch eigentlich wieder überwiegend, bis wir Bosse getrennen, ne? Sehe ich richtig. Das erinnert mich irgendwie an... Hunt oder Hunter oder wie hieß das Ding? Wo man diesen Monster Hunter gegen die Monster kämpfen muss und dann ist man die ganze Zeit alleine unterwegs. Ja gut, Monster Hunter spielst du eigentlich auch in der Gruppe, ne? Ja eben, aber du siehst ja einen nicht in der offenen Welt. Du siehst einen erst, wenn du bei einem Hauptgegner bist. So. Sonst bist du immer alleine unterwegs. Da finde ich aber, wie hieß das hier, hier, ähm... Downless? Downless, genau. Da finde ich auch, Downless geiler, weil da bist du die ganze Zeit mit deinen Leuten unterwegs. Also das muss sein beim Multiplayer, sonst brauchst du kein Multiplayer-Spiel. Downless ist Monster Hunter, aber anscheinend gut. Achso, okay. Und kostenlos. Und kostenlos, ja. Da haben wir auch einen guten Charakter schon. So, naja, ist ein guter. Gandalf hat da schon einen legendären Charakter. Ich glaube, wir waren mal gut in dem Spiel, aber nachdem wir es komplett neu gemacht haben, glaube ich, äh... haben wir keinen guten Charakter mehr. Was ist das Item, was ich bin dazu? Ach, du Schei... Äh, hä? Ruine 3-Ding drin seid, empfehle ich euch nicht, in diese Laser-Strahlen reinzulassen. Die macht... Das hast du schon vorher im Event. Echt? Ja, ich bin gleich passiert. Eine Ahnung, ob ich es richtig angewandt habe, aber auf jeden Fall hat es funktioniert. Das ist schon ein ziemlich brutaler Schwert. I like. Achso. Ja, 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 ja. So ein Kack. Muss ich auch noch so lange erwarten, dann. Oh, ich hab's irgendwie nicht geschneid. Ich stehe einfach bloß auf dem Fleck und... Ich weiß sie nicht. Alle tot. Okay. Keine in der Theorie. Oh, okay. Was ist das denn? I'm your bad omen. Moinsen. Ich grüße dich. Schön, dass du mit dabei bist. Ah, ja, ja, das macht natürlich Sinn. Das macht natürlich Sinn. Dann ist das ja wieder viel zu easy. Ja, ich bin gerade korrekt. Aber... Das stimmt, ja. Aber hier muss ich doch 100%... Ja, warte mal. Hier muss ich das auch machen mit der... Ich verstehe nur einfach nicht, wie man diese Laser umgeht, weil hinter diesen Lasern ist ja eine Truhe. Ja, ja. Ja, musst du die Röhre wahrscheinlich von oben nach unten machen. Aber, ja. Ich dachte jetzt... Ich dachte jetzt tatsächlich... Ja, aber ich hab die zu weit außen jetzt platziert. Ja, das geht tatsächlich. Muss ich kurz warten. Das war's teilweise echt... Sehr gute Ideen. Danke. Ich wär nicht darauf gekommen. Das musste klappen, oder? Oh, ja. Teilweise gute Ideen. Ja, das stimmt. Aber... Gut. Muss man mit leben, ne? Ja, das Ding ist halt... Was geiler wäre, wenn du... Wenn die Röhre entweder abläuft... Und du kannst sie direkt wieder machen, oder... Du kannst sie irgendwie wieder einstecken... Und dann kannst du sie wieder machen. Das wäre geil, dass sie jetzt hier wirklich immer... Rumpel mit und einfach nichts machen kann, die ganze Zeit. Das ist halt... Das weiß ich nicht. So, jetzt würd ich's ja am liebsten schon machen, aber... Ich warte jetzt noch. Das Dumme ist, ich bin ja schon einmal rübergekommen... Hab jetzt aber die Kiste gelootet... Und muss jetzt wieder da rüber. Und ich bin tot. Erst rüberkommen ist ja easy. Ja. Geht so. Hä? Nein. Ja. Geht so. Ja, siehst du, ultra easy. First try. Ach, du machst dir da auch das Ding rauf. Ja, aber da bin ich nicht selber draufgekommen. Das wurde gerade im Chat geschrieben. Ich hab das ganz anders gemacht. Heilige Scheiße. Aber du musst das machen, wenn sie ankommt, weil die fährt erst mal raus. Ja, ja. Man kann sich das so viel einfacher machen. Ja. Alter. Ich bin da mal rüber gehüpft und hab dann gewartet bis zum Ende, damit ich meine Dings platzieren konnte. Die Rüfe. Die Rüfe. Die Rüfe. Ha, schade. Das wäre lustig gewesen. Sehr gut. Nicht alle. Hast du noch eine zweite Tour entdeckt, oder? Nee, ja, kannst am Anfang. Kann man ja anfangen? Oh, jetzt hab ich noch mal wieder zurück. Warte. Oh, wo ist er hin? Drecka. Oh, da ist er hin. Wo ist denn ganz am Anfang? Warte, hab ich den zweiten Raum. Jo, ja, moin. Ah, da oben. Okay, dann musste da alles klar gehen. Oh, ich darf nicht da auch was. Dann kriegt er zwei im Kinn. Oh, ja, ja. Eliminiert. Definitiv eliminiert. Sieht aus wie ein Stargate-Symbol. Also, wie so eine Chef von dir. Hat er einloggt. Was haben wir denn da? Pilze. Kann man die mitnehmen? Nee, schade. Das aussieht aus wie mitnehmbare Pilze. Ah, meine. Ah, falsche Richtung. Geht nachher vorbei, die Tore wieder auf. Hast du beide Kisten? Ja, ne? Habt ihr eine Gilde? Äh, ja, ich hab beide Kisten, ja. Äh, wir haben tatsächlich gerade eine aufgemacht. Wir spielen das Spiel tatsächlich erst seit heute. Aber ich mach eigentlich in der Regel immer eine Set for Union Gilde auf. Also, spielen mit der Community? Also, ja, doch. Wir haben eine. Und wir suchen. Ja, krass. Durchgezockt. Geil. Z-Re-Union. Ich habe gestern Abend lang gefahren. Ab wann gibt's heute eigentlich wieder Dinkum? Ab 0 Uhr. Bin ich runtergefallen von mir. Warum ist denn hier eigentlich? Oh. Spenken, benutzen, Material, äh, hart, das Erwachen. Äh, das System der Sumulacra kann verwendet werden, um die einzigartigen Effekte eines Sumulacrums freizuschalten. Ja, geil. Jetzt. Klick einfach mal ein bisschen. Ist ja auch nicht so wild. So. Ach da, Geschenk. Ähm. Gespeichert. Seltene Gegenstände. Da. Senkt. Ja, passt schon. Kann ich denn für Waffen verbessern? Den Bogen, na dann? Oh, nee, warte mal. Bin ich gar nicht. Oh, ich kann mich aber aufrüsten. Nice. Warum sind alle SSR-Waffen? Ich habe noch keine einzige SSR-Waffe. Ja. Oder doch, eine habe ich. Ich habe sogar schon eine SSR-Waffe. Echt? Nein. Gibt's das überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Nein. Aber ich habe das Schild, was ich habe, das ist eine SSR-Waffe. Und die ist relativ gut. Fokuskern. Hätte ich ja gern. Den Fokuskern, ich sag's dir, den hätte ich ja gern. Fokuskern? Ja, den Fokuskern, um meine Waffe abzugreifen. Ich brauche diese... Ich brauche diese... Ich brauche eine... Säure... Einmal säurefeste Glasur. Ne, zweimal und... Ich will unbedingt King haben. Einen Nano-Fahrer. Einen Nano-Fahrer. Einen Nano-Fahrer. King ist schon nice. Einen Nano-Fahrer-Fahrer. Aber meinen Charakter finde ich viel geiler. Sondern allein aus dem Grund, dass ich den erstellt habe, mega geil fand. Und hier im Game sieht er so kacke aus. Ich mag den einfach.